Unverwechselbarer Sound, wunderschöne Strecke. Wenn ich mit dem Bike unterwegs bin, fühle ich mich frei und lebendig. Der einzigartige Sound kommt hier von der CNC-Fräse. Lebendig ist auch unser Werkstoff. Jetzt tischle ich sicher nicht noch ein Stück Holz, sondern gleich viele Möglichkeiten, was ich daraus machen kann. Es braucht viel Erfahrung, das richtige Material für jeden Auftrag zu finden. Aber es ist ein gutes Gefühl, wenn alles optimal gelungen ist.